Die Selbsthilfe Graubünden ist eine Dienstleistungsstelle, Kontaktstelle und Beratungsstelle für sämtliche Anliegen rund um das Thema Selbsthilfe. Das heisst, wir beraten Einzelpersonen, Fachpersonen, aber auch Gruppen, zum Beispiel beim Neuaufbau einer Gruppe oder wenn sie einfach eine Beratung brauchen rund um das ganze Thema Selbsthilfe. Wir tauschen uns regelmässig aus und treffen uns einmal im Jahr. Dort besprechen wir unter anderem, wie wir von der PDG aus unsere Informationen über die Selbsthilfegruppe bei den Patienten und für die Angehörigen besser bekannt machen. Und selbstverständlich sind wir auch da für Selbsthilfegruppen, die mit uns zusammen in Dialog treten. Wir können auch Fachleute von uns einmal in eine Selbsthilfegruppe schicken. Eigentlich ist diese Frage ganz schnell beantwortet. Selbsthilfe Graubünden ist für alle, für jedermann, egal wo er herkommt, egal wo er wohnt im Kanton Graubünden, egal was für ein Geschlecht er hat oder wie alt er ist. Alle, die das Gefühl haben, dass es Ihnen gut geht, wenn Sie sich in einer Selbsthilfegruppe mit Gleichgesinnten austauschen können, sind herzlich willkommen. Selbsthilfe Graubünden Ja, ganz eindeutig. Selbsthilfe ist ein ganz wesentlicher Bestandteil in der Behandlung von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und für das gibt es auch zahlreiche Forschungen, die das belegen. In Selbsthilfegruppen können sich Betroffene und Angehörige gegenseitig unterstützen, können sich gegenseitig helfen, im Alltag mit Fragen, die im Zusammenhang mit ihrer Erkrankung besser umzugehen. Sie erfahren in der Selbsthilfegruppe Akzeptanz, Verständnis und Respekt für die Besonderheiten von Ihrem Denken, Erleben und Handeln.